Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge, zur nächsten Folge von Die Young. Wir sind vergiftet. Das Graue war nicht wegen der Vergiftung, sondern weil ich auf Alt gedrückt habe. Was ich mal öfter tun sollte, im Übrigen, um zu sehen, ob hier einer ist. Ich weiß immer noch nicht, also die Vergiftung bleibt und bleibt. Gut. Ich weiß halt auch nicht, was sie gerade mit mir macht, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Bammle fleißig. Achtung. Guck mal, da überall ist das... War das überall vorher auch schon? Ah! So ein starker. Tippe mal darauf, dass die violette Blume dafür ist. So. Ne, oder auch nicht... Achso, Stoff brauche ich dafür. Okay. Ja, aber was ist denn gegen die Vergiftung? Der habe ich jetzt? Ich hoffe nicht. Die Manor-Farm. Guck mal, ihr seht meine Errungenschaften. Das ist ja lustig. Ähm. Ach, du heilige... Oh, 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 oh. Geht hier, Schlag auf Schlag hier. Ach, guck mal. Vergiftung ist gerade weggegangen. Okay. In Ordnung. Habe ich nicht ganz verstanden. Woran ich dann sehe, ob mein Tuch was gebracht hat. Aber wir werden wahrscheinlich nochmal in den Genuss kommen, um das zu sehen. Die Manor-Farm. Die muss ich ja auch finden, oder nicht? Ach, das stand doch auf dieser Liste, ne? Hm, da. Ne. Hä, wo stand das denn? Ich habe es doch gelesen. War das nicht hier irgendwo? Egal. Wir gehen da jetzt rein. Und dann müssen wir erst den Typen töten. Möchte diesen Typen nicht töten, weil ich nicht weiß. Kann ich den nicht von hinten mit dem Messer irgendwie... Oh. Ich dachte, der geht weiter. Wenn er sich jetzt umdreht, habe ich, glaube ich, ein Problem. Okay. Ich versuch's, Leute. Ich möchte diesen Mann töten. Aber ich kann ihn doch auch irgendwie ablegen, oder? Ging das? Schande. Oh. Aber? Ey, die Waffe ist, glaube ich, besser. Oh, die ist ja viel besser. Oh. Hallo. Oh. Ein Schlagstock. Jawohl. Du blöd Mann. Kann ich dem seine Schuhe nicht nehmen? Sehr gut. Freut man sich richtig, wenn man einen kaputtgekloppt hat, ne? Schon crazy. Okay. Kommen wir denn da überhaupt rein? Die Tür sieht ziemlich zu aus. Ich weiß noch gar nicht, wofür die ganzen Pflanzen sind, aber... Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Versperrt. Oder geh sperrt. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vermutlich. Vermutlich. Ich weiß, ich muss ja eigentlich da hinten hin, aber... Es schadet ja nicht, sich mal umzuschauen, oder? Irgendwer ist ja auch zum Strand gelaufen, oder? Vielleicht war das auch ein Hinweis. Ein Pilz. Wofür brauchen wir denn einen Pilz? So, dafür brauchen wir Tücher, dafür brauchen wir die gelben Blumen. Metall, Holz und ein Seil. Okay. Also eigentlich wird uns wahrscheinlich empfohlen, alles zusammen. Sammle oder fertige mehr Gebrauchsgürtel um die Lagerkapazität. Okay. Nur das Lagern wird damit vermehrt. Pilz. Eins von sieben. Und noch Fragezeichen-Dinge. Ah, ich nehme einfach alles mit. Okay. Ich sehe nicht, wie manche Streamer uns mal so ruhig sitzen können. Ich muss mich immer bewegen. Ah, guck mal. Bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt gleich hier... Oh, ein Feuer. Wunderbar. Sehr gut. Da ist ja eine Leiche. Ja. Das ist ja kein lustiger Spruch gerade auf Lager, ne? Blut. Der sieht nicht so gut aus. Hat der nix dabei? Nein. Okay. Also hier ist einiges im Argen. Gerade noch geschafft. Okay. Okay, dann nehme ich mal lieber ein bisschen Anlauf. Ich höre doch irgendwas hier. Muss ich da rüber oder da? Ich glaube da, oder? Okay. War, glaube ich, richtig. Ich höre irgendwie komisch. Was ist das für ein Geräusch? Mann! Ah, das ist schon totes Vieh. Wow, ein Schlag, Leute. Cool. Was ist das denn hier? Ich weiß übrigens nicht, da oben die Uhrzeit war, womit die zu tun hat, dass sich die halt verändert. Ach, gutes Deutsch, ne? Also, ob die sich so pro Abschnitt verändert oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wann wir gestartet sind. Um 9 AM oder so. Sehr... Boah, ich will das gar nicht. Boah, ich will das gar nicht. Aber wenn ich das nicht mache, dann... Boah, das sieht aber auch echt brutal aus, oder? Boah, ich will das essen aufgenommen, das ist immer gut. Dann kann ich hier was trinken? Will ich da was trinken? Ich glaube nicht. Ich denke mal, die Flaschen kann man auch benutzen zum Ablenken. Ich weiß nicht, ob da... Ach, ich kann hier echt was trinken. Aber das sieht irgendwie aus wie Blut. Karte. Das ist ja okay. Das habe ich eingesammelt. Und ich habe doch gerade... Was habe ich denn jetzt hier neu? Weiß. Ach so, hier vielleicht so was. Ach, guck mal hier. Da. Ja, das haben wir abgehackt, das auch. Sollte das erst danach kommen? Ich hoffe nicht. Ah, ich will das gar nicht trinken. Huch. Oh. Hoppala. Ich glaube, wir sind besoffen. Okay. Okay. Ach. Ich trinke die alle, oder? Ja. Ui. Ach so, das sind dann die Quellen, die da aufgezeichnet werden. Die Wasserquellen. Aber das ist kein Wasser. Das ist Alkohol, nicht? Deswegen ist es so ein bisschen... Ui. 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 Ein bisschen springen jetzt. Ja. Oh, toll. Bleibt das, oder was? Ah, nee. Pfff. Ah. Ah. Ah, das hier dumm gelaufen, wa? Okay, ich glaube, das... Aber es war schon der richtige Weg, oder? Ich weiß nicht mehr, wo ich gespeichert habe. Aber es war am Anfang der Manufaktur, oder? Ja. Immerhin. Okay. Oh, Mann. Ah, okay. Ja, der sieht schon. Ekelhaft. Kann ich noch irgendwas zum Eins sammeln? Oh, nein. Okay. So. Haha. Okay. Wir machen das schön in Ruhe. Aber es war doch hier, oder? Ja. Ach so, was da konnte ich denn? Da war nix, ne? Nee. Hier ist auch noch Blut. Da ist einer hochgekraxelt. Das hab ich gar nicht gesehen. Okay. Okay, okay. So, hoffen wir jetzt gleich den ganzen Bein nochmal. Machen wir die Ratten platt. Oh, ist das brutal. Oh, ich hab nix in der Hand. Oh ja. Ich find das echt krass. Reit auch noch so. Ist da eigentlich was drin? Nein. Hat mir hier nicht noch irgendwas aufgesammelt? Boah, das sind aber auch viele, ey. Reicht aber auch. War hier denn noch was? Ne, ne? Nur das Essen, oder? Ich hoffe. Ja, war der schnell. Ja, okay. Dann gehen wir mal saufen. Obwohl, wir brauchen das ja nicht saufen. Wird hier auch so aufgezeichnet. So. Ähm. Verwenden. Sehr gut. Ich kenne ja mein Glück. Raus mal aber rüber, ne? Ach, du schon, ey. Okay. Ah. Da war ich da auch auf, äh, einen Zentimeter, du. Frage mich, wann wir mal Schuhe kriegen. Die arme Frau. Okay. Äh. Okay, kann ich jetzt einfach runter? Ja, okay. So, en garde. Oh. En garde. En garde. Oh. Mäuse klatschen, äh, Ratten klatschen. Oh. Ja, man. Die leben hier in Ruhe, dann komme ich. Baller die weg. Oh, voll in die Wand. Und. Ah. Okay. Was gibt's denn hier? Oh, stopp. Das ist gut. Okay. Okay. Was gibt's denn hier? Muss ich da lang? Komm, Mann, da lang. Denk mal, ich muss da lang, oder? Dafür sind die Markierungen sicherlich auch da. Oder? Oh, guck mal, ey. Mein Stock ist auch schon wieder voller Blut. Rattenblut. Ich frage mich, wo wir, wo wir überhaupt jetzt hingen müssen. Also. Oh, ich glaube, es hackt. Als ob ich das nicht geschafft hätte. Oh. Kann ich? Natürlich nicht. Okay. 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 Hopp. 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 So. Aber ich kann nur da hin, oder? Kann ich auch nach unten gucken, damit ich sehe, wann ich springen kann? Oha, was? Hä? Ich muss doch da hin, oder bin ich jetzt? Blem, blem. War da unten, was? Ach so, die Ratte. Hä? Oh ja. So, soll ich jetzt hier etwa auch wieder speichern? Weil ich sonst stehe ja rüber. Kann ich da nicht hin? Oh, da muss ich da nur auf den Stein. Hä? So. Hä? Das ist mir unbegreiflich. Muss doch darüber, oder nicht? Wo denn sonst sind? Hä? Das ist der einzige Weg. Ich werde nachlässig. So. Konzentration. Zack, zack, zack. Aber ich habe schon mein Bestes gerade gegeben. Ich werde nachlässig. Hm. Oder muss ich einfach auf den Stein springen? Aber das... Warum? Dafür ist doch hier das da, oder nicht? Hä? Okay. Alles klar, okay. Deine war schon richtig. Aber die lassen mich nicht in Ruhe, ne? Ach, ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich will nicht sterben. Dieses Viezen auch immer, ne? Ihr seht gemein. So. Erwarte einiges. Ups. Als Belohnung hier. In dieser Hütte. Hallo. Ach, da sind Teile. Kann ich die überhaupt... ...mitnehmen? Ja. Ja. Ich muss darüber, oder was? Ja, anscheinend schon, ne? Oh, ich hasse weite Sprünge. Okay, warte. Ich setze mich bequem hin. Ich glaube, ich speichere nochmal, oder? Obwohl, ich habe... ...nicht mehr so viele Feuerchen, oder? Mäh. Ja, Ronimo! Jawoll. Das ist aber auch hier eine... ...eine Rumgehoppe. Blöde ist halt auch, wenn man dann einmal verkackt. Dann muss man wieder von vorne anfangen, ne? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wahrnehmen und klettern. Verwenden sie all... Ach so. Griffe vorzuheben. Ach, cool. Okay. Oh, guck mal. Die ganzen toten Ratten da unten. Oh, je. Nächste Rat. Ich baue jetzt ein Feuer. Ja, kein Bock hier nochmal neu lang zu klettern. Okay. Oh. Wenn sie Heilmittel oder essen sie etwas, um ihre Gesundheit wiederzustellen, war das jetzt mit Absicht? Boah. Oh. Ich bin ja fast tot. Alter, das gibt ja gar nichts. Oh. 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 Okay. Werden wir jetzt echt gestorben, hätte ich noch weniger Leben gehabt, oder sollte das jetzt so sein? Hä? Also. So. jetzt mal gut hier. Hm. Jetzt kommt so ein Gegner und macht uns platt. Frage mich halt, wofür die Flaschen hier sind, wenn hier keine Gegner sind. Einfach aus dekorativen Zwecken. Und was in dieser Notiz steht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis bald. Tschüss. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Vielen Dank.